Wir wollen, dass die Milch für unseren Handkäs von Fischer kommt, denn es gut geht und dass die Kräuter für unser Grisauß nicht mit Gift bespritzt werden. Deshalb hat unser Landwirtschaftsministern Priska Hinz einen Plan, den Öko-Aktionsplan. Da sind wir auch kein Groschepetzer. Wir greifen mit ordentlich Benunze der Bauern unter die Ärm, die worauf Bio machen. Das hilft. Immer mehr lasse denn Giftkrempel sei. Damit Rindviecher ihr Herner und die Wurziger ihr Schwänzchen behalten können, die kleine Gickel leben bleiben und die Garst nicht in so einem vollgestoppten Stall stehen, gibt es einen runden Tisch, da denken klore Leute darüber nach, wie es besser geht. Gehen die Quälerei mit den Tierversuchen, haben wir sogar extra zwei Professoren eingestellt. Ein Wald, das ist keine Holzfabrik, da leben Bäume, Blümscher, Krabbelfiecher und Vöschelcher, Wildsäu und Häuschen herrscht. Da wollen wir spazieren gehen und uns ausruhen. In dem Wald, der wo im Land Hessen gehört, lassen die Fäste deshalb jetzt öfter alte Bäume stehen. Spritzen kein Gift und pflanzen richtige Bäume statt denne gargeligen Stängel für das Sägewerk. Und damit uns nicht die Brie unter dem Dubeh kocht, von wegen dem Klimawandel, brauchen wir für unser Elektrischen aus der Steckdose statt Kohle und dem ganzen anderen Dreckzeug mehr Windräder und müssen aufpassen, dass wir nicht die Gas heizen statt unser Häuschen. Grie werkt.